Herzlich willkommen zu diesem kleinen Übersichtsvideo zum Thema Herzratenvariabilität. Hier geht es darum, einen Überblick zu bekommen, was euch in meinem Videokurs, den ihr auf der Homepage kaufen könnt, erwartet und welche Inhalte dort besprochen werden. Kurz HRV-Messung und wofür das Ganze überhaupt ist, das möchte ich euch hier erstmal erklären. Mit der HRV-Messung können wir ein allgemeines Stressniveau des Körpers erkennen und optimieren bei Bedarfsfall. Egal, ob wir uns durch Sport in einem Stressniveau befinden oder durch ganz normalen Alltag, durch Arbeit etc. Hier können wir erkennen, ob wir gerade den Körper die ganze Zeit unter Dauerstress setzen oder eben nicht. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sind natürlich eine bessere Regeneration, gerade natürlich bei Sportlern, vermeiden von Übertraining. Selbst wenn wir uns gut fühlen, es kann immer sein, dass das Nervensystem doch schon sehr am Limit fährt, sehr gestresst ist und dass wir dann sehr schnell in ein Übertraining reinkommen, ohne dass wir es überhaupt merken. Gerade natürlich, wenn dann auch noch solche Stressfaktoren wie Arbeit, Familie oder sonstige Sachen mit einspielen, kann es schnell passieren, dass wir unser Nervensystem da sehr überlasten. Damit haben wir natürlich eine intelligente Trainingsoptimierung, in dem wir zum Beispiel auch sagen können, wir können mehrmals am Tag trainieren etc., wenn unser Nervensystem das eben zulässt. Wir können schauen, ob heute ein hartes Training Sinn macht oder nicht und wir können sogar frühzeitig Krankheiten damit erkennen, was aber schon sehr viel Wissen voraussetzt, denn Krankheiten setzen den Körper natürlich auch schon im Voraus etwas unter Stress. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Infekt bekommen oder auch durch das Training eben eine Überbelastung oder irgendwelche anderen Stressfaktoren wie Muskelkater etc., dann lässt sich das damit eben auch sehr gut erkennen. Aber was ist überhaupt die Herzratenvariabilität und was messen wir da eigentlich überhaupt? Wir haben hier ein Bild von einem EKG, von einer Pulsaufnahme und wir sehen mit den einzelnen Zacken immer wieder, wenn das Herz schlägt beziehungsweise wenn wir dann halt einen Puls messen. Was wir aber jetzt messen mit einer HRV-Messung ist im Gegensatz zu verschiedenen anderen Pulsmessern nicht nur den einzelnen Puls, sondern den Abstand zwischen den einzelnen Pulsschlägen. Dieser wird ganz automatisch vom Körper geregelt, vom Parasympathikus, Sympathikus und von Herzen allgemein und mit diesen Abständen kann man bestimmte Sachen bestimmen, ob der Körper sich gerade in einem eher stressigen Zustand befindet oder in einem sehr erholten Zustand. Ein sehr interessantes Feld, was eigentlich in der Medizin schon recht lange angewendet wird und gerade in Bezug auf die Stresstherapie in verschiedenen Praxen Anwendung findet. Hierfür benötigt man natürlich spezielle Geräte, die auch diese Abstände wirklich messen können und relativ genau messen können und was wir mit diesen Daten dann herausfinden können, das zeige ich euch. Hier finden wir zum Beispiel ein Beispiel, wie das aussieht, wenn wir oben. Das ist ein Beispiel von Frustration jetzt hier. Man kann auch Gemütstände damit symbolisieren. Das ist ein Mensch, der wahrscheinlich unter Stress dreht, der irgendwelche emotionalen Probleme gerade in der Situation hat, eine Stresssituation. Und unten sehen wir zum Beispiel eine Situation, wo der Mensch sehr entspannt ist, wo er ausgeglichen ist. Und da sieht man schon deutlich die Unterschiede, die durch diese Messung hervorgerufen werden. Man kann aber alleine aus diesen Abständen kann man noch sehr viel mehr ziehen. Es gibt verschiedene Analysemöglichkeiten, die es hier gibt. Zum Beispiel eine zeitbezogene Analyse, frequenzbezogene Analyse oder eine nicht-lineare Analyse. Und wenn man das verstanden hat, was ich euch in diesem Kurs natürlich dann auch beibringen werde, dann kann man damit selber sehr gut arbeiten und kann herausfinden, ob dieser Stress gerade vielleicht entweder durch Sport kommt oder vielleicht ein grundlegender Stress ist oder auch eventuell durch Krankheiten hervorgerufen wird. Denn das ist ein gesamtes Bild, was man sich nachher dann zusammenbauen muss. Die Analyse solcher Daten sieht erstmal etwas wild aus und etwas kompliziert. Man muss aber kein Mathematiker sein. Man muss die ganzen Sachen nicht wirklich sehr detailliert verstehen, sondern nur einige wenige Daten interpretieren können, die ich natürlich dann auch aufzähle. Und in der Präsentation gibt es auch einige Beispiele, wie hier zum Beispiel eine Ruhephase zu Hause, dann Intervalltraining, eine Erholungsphase nach dem Intervalltraining und dann zum Beispiel eine Rasenmähen. Und an diesen Beispielen werde ich die Unterschiede erzählen, wo die Stressfaktoren dann deutlich werden. Und wie man zum Beispiel sieht, kann ich das Ganze sehr gut nutzen, um eine Erholungsphase lang genug zu gestalten, um mich nach den 400 Meter Intervallen ausreichend zu erholen. Jetzt könnte man zum Beispiel hier an diesem Beispiel schon sehen, wenn ich jetzt direkt hier wieder trainieren würde, wieder 400 Meter machen würde, etc., dann wäre ich nicht in einem optimal erholten Zustand, wie ich vor den 400 Metern war, sondern würde hier vielleicht sogar Gefahr laufen, wenn das auf Dauer eben so gemacht wird, dass ich in ein Übertraining komme. Und dafür ist die HRV-Messung eben sehr gut geeignet. Das Ganze machen wir dann auch an ein paar Beispielen deutlich. Eben die 400 Meter Intervalle schauen uns verschiedene Daten an, wo dann die Unterschiede zwischen Erholung und Anspannung liegt, wie man die Daten dann auch interpretieren kann und welche Daten dann überhaupt wichtig sind. Natürlich gibt es nicht nur solche mathematischen Sachen, sondern eben auch ganz normale alltägliche Sachen, wenn man sich nicht zu sehr damit beschäftigen möchte. Verschiedene Apps, etc., die ich benutzen kann. Wo liegen die Vor- und Nachteile? Wie sollte ich das Ganze messen? Wann sollte ich das Ganze messen? Wann sind die Messungen vielleicht auch nicht so wirklich zu gebrauchen? Es gibt nämlich sehr viele Artefakte, die auftreten können, wie man hier oben zum Beispiel sieht, wie man diese dann bereinigt oder wie man die Daten dann entsprechend nutzen kann, wenn sie doch ein bisschen schiefgegangen sind, wenn der Gurt zum Beispiel hier nicht richtig gesessen hat, etc. Das hängt natürlich dann alles mit der Qualität der Messung zusammen. Dann kommen wir natürlich auch zur Auswertung der ganzen Daten. Wie wertet man die Daten jetzt aus? Das geht auch ganz einfach mit den ganzen Handy-Apps, wenn man das machen möchte und verschiedenen Sachen. Da braucht man sich keinen großen Kopf machen, dass das Ganze kompliziert ist. Das geht innerhalb von 2-3 Minuten, hat man seine Daten und weiß dann direkt, ob man sich zum Beispiel aktiv erholt gerade, ob man in einer Stresssituation ist. Ich zeige auch hier verschiedene Erholungstrainings, die man machen kann, um eben schnellstmöglich wieder erholt zu werden. Verschiedene Methoden, die man anwenden kann, wie zum Beispiel Atemübungen, etc. Wir schauen uns auch einige Fallbeispiele an, wie das aussieht bei verschiedenen Personen, zum Beispiel einem gestressten Manager hier. Und ich zeige auch ganz deutlich, wie das mit meiner eigenen Messung aussieht, wann ich an meiner Messung jetzt gesehen habe, ob ich jetzt vielleicht doch lieber den Tag ein bisschen Pause machen sollte, ob ich im Übertraining bin oder nicht. Also sehr konkrete Beispiele, die auch noch mit vorkommen. Also das erstmal zur kurzen Übersicht von der HRV-Messung, was wir damit machen können. Das Ganze ist überhaupt nicht teuer, da brauche ich nicht viele Sachen für. Ein Herzfrequenzgurt, natürlich einen guten und eine Handy-App oder eine Laufuhr, wie ich das Ganze machen möchte. Und dann kann ich das Ganze durchführen. Und noch tiefer ins Detail geht es natürlich in dem Video, was aber schon seine anderthalb Stunden dauert. Und wenn euch das dann etwas bringt, dann freut es mich natürlich. Dabei gibt es aber auch ein Handout, was ihr bekommt, wo ihr alle Punkte nochmal als Stichpunkte drauf habt, die ihr euch ausdrucken könnt. Noch viele weitere Informationen und Links zu verschiedenen Webseiten und den einzelnen Apps natürlich. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Wenn euch das interessiert, ihr könnt diesen Kurs, diesen kompletten Kurs, auf der Homepage kaufen für 5 Euro. Ich denke mal, das ist mehr wert, als die ganze Arbeit, die da überhaupt drinsteckt. Also für 5 Euro bekommt man da wirklich eine Menge. Und wenn dann noch Fragen offen sind, dann stehe ich natürlich auch gerne bereit, diese Fragen dann zu beantworten. Und wenn es wirklich gar nicht gefallen hat, wenn es gar nichts gebracht hat, wenn so viele Unklarheiten drin sind oder wenn ihr sagt, die Präsentation ist jetzt wirklich extrem schlecht gewesen, dann bin ich natürlich auch bereit, da das Geld zurück zu erstatten. Ansonsten viel Spaß erstmal damit und wir sehen uns.